Die Aktienmärkte kannten im ersten Halbjahr nur eine Richtung und zwar die nach oben. Der Emissier World ist um 15% gestiegen und der amerikanische S&P 500 Index sogar um 18% alles in Euro gerechnet. Und nach dieser atemberaubenden Entwicklung im ersten Halbjahr stellt sich natürlich die Frage, wie werden sich die Kapitalmärkte im zweiten Halbjahr entwickeln und wie muss man sein ETF-Portfolio jetzt darauf vorbereiten. Und genau diese Fragen habe ich an Helene Windisch-Bauer vom ETF-Anbieter Amundi Asset Management gestellt. Mit ihr kläre ich, wie man sein Portfolio auf das zweite Halbjahr vorbereiten sollte, welche Auswirkungen die US-Wahlen auf das Portfolio haben kann und ganz grundsätzlich, wie Profis in ETFs investieren. Es ist ein super interessantes Gespräch geworden und dazu wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ja, hallo Helene. Schön, dass du heute hier bei uns im Studio bist. Wir wollen ja heute über den Finanzmarkt sprechen. Ausblick zweites Halbjahr, großes Thema. Ist ja schon so ein bisschen angebrochen, das zweite Halbjahr. Aber schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch hier zu sein. Helene, ja, wenn man sich die Börsen anschaut in den letzten Monaten, ich habe mir das mal rausgeschrieben, ich habe mir da immer die ETFs genommen in Euro. Emissier World 15% per heute. S&P knapp 18%. Auch Europa nicht so ganz so gut, knapp 10%. Und Gold 21%. Das ist natürlich eine super Entwicklung jetzt gewesen in den ersten, sagen wir mal, sieben Monaten. Geht es denn im zweiten Halbjahr auch so weiter? Oder wie schätzt du das an? Also grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass die Börsen noch weiterhin ganz gut laufen können im zweiten Halbjahr. Allerdings muss man natürlich schon sich überlegen, welche Risiken noch zunehmen im zweiten Halbjahr. Von dem her, ja, es kann weitergehen. Aber ich denke nicht, dass wir diesen massiven Anstieg da nochmal fortsetzen können. Ist ja schon so ein außergewöhnliches Börsenjahr eigentlich, hätte man auch gar nicht vielleicht so erratet. Getrieben, wahrscheinlich durch einzelne Aktien, kommen wir vielleicht noch drauf. Im Schnitt, sagt man ja immer so, weltweiten Aktienmärkte, so sieben, vielleicht manchmal acht Prozent. Deutlich drüber dann demnach. Ja, also es ist ein sehr außergewöhnlich gutes Aktienjahr bislang. Gut, wir sind jetzt noch nicht am Ende des Jahres. Aber bislang sieht es sehr gut aus, dass wir mindestens diese Gewinne noch ins Jahresende halten können. Vorausgesetzt, wir werden keine Rezession sehen oder wir werden keine massiven geopolitischen Verwerfungen sehen. Also von dem her, es kann so weitergehen. Allerdings haben wir jetzt so ein bisschen die Anleihenmärkte weggelassen. Du hast jetzt nur dich auf die Aktien-ETFs bezogen. Wenn man sich die Anleihen-ETFs ansieht, vor allem die Staatsanleihen-ETF, da sieht die Entwicklung dann doch tatsächlich etwas schwieriger aus seit Jahresanfang. Ja, wobei die Zinsen oder zumindest die Zinssenkung, der Trend, der ist ja so ein bisschen wieder zum Stocken geraten. Das ist ja relativ moderat, auch was man von den Routenbanken so hört. Wie schätzt du da die Zinsentwicklung weiter an? Das ist ganz interessant. Also wenn wir uns den Jahresanfang ansehen und nochmal einen Blick auf die Aktienmärkte werfen, da war es tatsächlich so, dass die konjunkturelle Entwicklung die Aktien weitergetrieben hat und die konjunkturelle Entwicklung sich übersetzt hat in die Gewinnentwicklung. Und dann kommen wir später nochmal dazu natürlich auch in ausgewählte, sehr konzentrierte Aktien. Und auf der Anleihenseite war es aber tatsächlich so, dass die Zentralbanken seit Jahresanfang die Erwartungen ziemlich gedämpft haben hinsichtlich kommender oder sehr früh kommender Zinssenkungen. Von dem her haben natürlich diese Art von Kommunikation der Zentralbanken die Anleihenmärkte einfach belastet. Aber auch hier ins zweite Halbjahr ist tatsächlich davon auszugehen, dass wir es ein bisschen positiver sehen können, gerade die Anleihenmärkte. Positiv war es, die Zinsen gehen weiter runter. Exakt, genau. Aber es geht ja auch nur, weil die Inflation ja auch wieder rückläufig ist. Genau, das war ein Aspekt. Also es war wirklich ein Aspekt, gerade in der US-amerikanischen Zentralbank, die gesagt hat, naja, die Inflation ist einfach zu anhaltend, zu gut, also auf einem zu hohen Niveau, auf so einem hohen Level, anstatt zu sagen, man kann jetzt schnell mit Zinssenkungen schon beginnen. Ich meine, die gute Nachricht war, dass die, also eigentlich letztlich alle Zentralbanken gesagt haben, wir sind am Peak. Also, ja, ich gehe jetzt von der Bank of England aus oder von der EZB oder von der US-amerikanischen Zentralbank, war die gute Nachricht, naja, wir haben unsere Zinshöhe erreicht. Allerdings die Erwartungen, die der Markt hatte, nämlich auf relativ schnelle sukzessive Zinssenkungen, damit so ein bisschen, ja, ein Halteschild vorgeschoben wurde. Also von dem her, das war letztlich die Maßgabe und begründet darin, dass nämlich die Inflationsentwicklung nicht so stark zurückgekommen ist, wie es eigentlich erwartet wurde. Die, in den letzten Wochen habe ich jetzt mal so verstärkt Artikel wahrgenommen, wo es jetzt schon immer um die Thematik geht, USA hat zu viele Schulden, die können ihren Schuldenberg gar nicht mehr bewältigen, wie so der Zinse-Zinseffekt nur im negativen Sinn sozusagen. Wie schätzt du das ein? Also da ist natürlich nochmal spannend, was jetzt mit der Wahl passieren wird. Also ein bisschen auch davon maßgeblich, ob Trump gewinnen wird oder ob die Kamala Harris gewinnen wird, wenn sie denn aufgestellt wird als Präsidentschaftskandidatin oder abgesegnet wird. Da kommt es dann tatsächlich so ein bisschen darauf an, wer gewinnt. Denn wenn man den Aussagen Trumps folgt, ist es sehr expansiv, was er plant. Da wäre natürlich dann irgendwann das Thema, inwieweit diese geplanten Programme noch tragfähig sind im Sinne von neuen Schulden. Es kann durchaus nochmal ein Thema werden. Bislang fängt man an, darüber nachzudenken, über die Schuldentragfähigkeit gerade in den USA. Allerdings kann ich auch hier immer sagen, es ist ein bisschen eine relative Entscheidung. Also klar hat die USA relativ eine hohe Verschuldung und wird auch jedes Jahr eine hohe Verschuldung haben. Genau aus dem Effekt, weil wir, wie du es nanntest, den Zinseszinseffekt haben. Wir haben ein relativ hohes Zinsniveau. Das treibt einfach die Schulden weiter nach oben. Allerdings ist es natürlich immer eine Maßgabe, wenn ich als Investorin mich für Anleihen, Staatsanleihen entscheide, schaue ich mir natürlich schon ganz genau an, was passiert in den Ländern und wo gibt es noch mögliche Argumente. Zum Beispiel in den USA zu sagen, ich gehe doch in die US-amerikanischen Staatsanleihen, auch wenn die Gesamtverschuldung, Bruttoverschuldung relativ hoch aussieht. Also ja, es kann zu einem Thema werden, Märkte diskutieren drüber, das nehmen wir wahr. Aber es ist jetzt noch keine einschränkende Diskussion für die Staatsanleihen. Ich habe jetzt auch gehört, dass die Schulden der Amerikaner immer kurzfristiger refinanziert werden. Also die Investoren sind gar nicht mehr bereit, so langfristig Geld zu leihen, sondern eher kurzfristig. Das klingt ja wirklich nach so einer, ich sage jetzt mal, Falle, wo Privatanleger ja vielleicht auch reintappen können, wenn man Kredite aufnimmt und aber immer wieder kurzfristig refinanzieren muss. Und wenn dann irgendwas mit der Glaubwürdigkeit passiert, dann können die sich nicht mehr refinanzieren. Das ist ja schon ein Riesenrisiko dann eigentlich. Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich ein Risiko. Aber ich würde es jetzt erstmal ein bisschen davon abhängig machen, wer die Wahl gewinnt, was dann tatsächlich an Ausgabenprogrammen geplant ist. Und das, was man bislang wahrnimmt, das, was Trump in seinem, ja, überall schon gesagt wird, oder ich übersetze es eigentlich als populistische Wirtschaftspolitik, die er vorgibt, in Programmen lancieren möchte, dann wird das sehr, sehr expansiv. Also da muss man einfach ein bisschen abwarten. Aber ja klar, die kurzfristige Refinanzierung auf dem aktuellen Zinsniveau ist natürlich sehr kostspielig und birgt natürlich Risiken in der Refinanzierung. Das ist wahrscheinlich bei allen Haushalten so, nehme ich mal an, oder wird in Europa oder beziehungsweise in Deutschland dann auch nicht anders sein. Es wird ähnlich gehandhabt, ja. Also es ist tatsächlich nicht unbedingt so, der Trend zu sagen, ganz kurzfristig, aber es ist der Trend, es geht dahin, klar. Ich wusste gar nicht, dass Japan die größten Anleihenbesitzer von amerikanischen Staatsanleihen sind, wusste ich gar nicht, ja. Ja, das ist interessant, aber es ist natürlich auch dazu geführt, oder andersrum ein bisschen sich verschoben, denn wenn man denkt, dass früher China einen sehr hohen Anteil an US-amerikanischen Staatsanleihen hatte und den auch sukzessive schon abgebaut hat, dann verschieben sich natürlich letztlich die Holdings, ja, oder letztlich diejenigen Eigner, die die Anleihen halten, ja. Ja, kommen wir mal wieder zurück, ein kleiner Exkurs war das jetzt im Zinsmarkt, kommen wir mal auf den Aktienmarkt zurück. Jetzt, gut, wir werden heute nicht den Höchststand haben, aber die Aktienmarkt, wir haben es ja schon angesprochen, Europa, USA sind mehr oder weniger alle nahe den Höchstständen. Das schreit förmlich nach einer Korruptur, oder wie siehst du das? Ja, also schauen wir uns mal an, wo denn überhaupt diese Höchststände auch herkommen. Gerade in den USA, aber das gilt dann natürlich auch für den MSCI Welt, also für den Weltindex, ist es tatsächlich so, dass sehr wenige Aktien die sehr hohe Bewertung getrieben haben. Also das ist schon so. Wir haben auch eine Grafik mitgebracht, da sieht man sehr schön im S&P 500, dass tatsächlich die, ja, nach Marktkapitalisierung fünf größten Unternehmen in den USA fast 30 Prozent, natürlich nicht ganz 27 Prozent irgendwas, aber fast 30 Prozent der Marktkapitalisierung beinhalten oder besetzen. Und diese fünf Firmen, und das sind eigentlich auch mehr, man spricht ja immer von diesen wunderbaren sieben Firmen in den USA, die haben natürlich eine sehr starke Sonderentwicklung gehabt, auch getrieben natürlich durch Innovationen, durch einen bestimmten KI-Boom und letztlich haben die natürlich auch einen großen Beitrag an dieser Marktentwicklung gehabt. Wie geht man denn dann um? Weil ich meine, wenn man jetzt auf der einen Seite dann vielleicht erwartet, diese, sagen wir mal, sieben höchstgewichtesten Aktien, die machen irgendwie Probleme oder da verlangsamt sich das Wachstum und es kommt zu stärkeren Korrekturen. Was habe ich denn dann überhaupt für Möglichkeiten? Weil ich kann ja, ich kann mir ja den S&P 500 oder den MEC World nicht zurecht schnibbeln, ja. Also wie gehe ich denn da am besten um dann als Anleger? Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wenn ich bei einzelnen Aktien eine sehr, sehr hohe Bewertung habe, ich natürlich ein hohes Risiko habe, dass wenn die Gewinnerwartungen, die Gewinnschätzungen bei diesen einzelnen Firmen nicht mehr erfüllt werden, dann ich eine Korrektur sehen könnte, die relativ stark und scharf sein kann. Das ist das grundsätzliche Risiko, wie ich als Aktieninvestorin an hohe Bewertungen rangehe. Das heißt, ich muss mir natürlich schon genau überlegen, ob diese hohen Bewertungen auch gerechtfertigt sind. Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, und den sehen wir durchaus, ist zum einen, dass die Firmen, also diese besonderen sieben, fünf bis sieben Firmen, nach wie vor hohe Gewinnschätzungen vorausblickend auch haben. Allerdings diese Gewinnschätzungen etwas sich nach unten bewegen, aber immer noch im deutlich zweistelligen Bereich, also immer noch sehr attraktiv sind. Aber die Gewinnschätzungen sind so ein bisschen zurückgekommen. Dafür, um da auf deine Frage nochmal einzugehen, dafür ziehen aber die restlichen Segmente des Marktes nach. Also da haben wir auch eine Grafik mitgebracht und man sieht sehr schön, dass sich die Gewinnerwartungen annähern. Also einmal von oben im hohen zweistelligen Bereich über die Quartale hinweg bei den wunderbaren sieben und aber von unten nach oben sich arbeitend der Rest des Marktes. Also da haben wir durchaus auch eine Angleichung der Gewinnerwartungen. So zum einen die Idee, dass damit die Marktentwicklung weitergetragen werden kann, was wir am Anfang des Gesprächs hatten als Thema, aber auch die Idee, und das kann man mit dem ETF sehr gut abbilden, zu sagen, ich setze auf den gleichgewichteten S&P 500. Also man kann durchaus, und da plädieren wir dafür, sich in seinem Portfolio gerade ins Jahresende hinein einen gleichgewichteten S&P 500 kaufen. Damit nimmt man dann die große Gewichtung dieser Top-Werte runter und die verteilt es sozusagen auf die anderen. Exakt, genau. Wenn ich jetzt das Thema Small Caps mal kurz in den Raum werfen darf, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, wir machen ja immer wieder mal so ein Portfolio-Review, wo wir uns Nutzerportfolios anschauen. Und was mir da eigentlich immer auffällt, ist, es sind immer die Klassiker-ETFs natürlich, also MSCI World, FUZI All World, ACWI und diese ganzen Kandidaten. Und es fehlen eigentlich immer Small Caps, also eigentlich in allen Portfolien. Ist das jetzt vielleicht dann auch der richtige Zeitpunkt, wenn man jetzt solche ETFs hat, die vielleicht nicht zu verkaufen, aber wenn man noch entweder umschichtet, ein Teil zu verkaufen oder wenn man neues Geld hat, dann lieber in Small Caps zu investieren? Ja, durchaus. Also zum einen aus Gesichtspunkt der Portfolio-Konstruktion einfach breit streuen. Und das erreiche ich auch damit, wenn ich mir das Small Mid-Cap ETF mit ins Portfolio nehme. Aber auch die Idee, gerade im weiteren Verlauf des Jahres dann durchaus nochmal zu sehen, dass gerade über Zinssenkungen ein Schub für die Small Mid-Cap Unternehmen passieren kann und hier eine positive Entwicklung dazu kommt. Und wir hatten das gerade so die letzten zwei Wochen in den USA beobachten können. Da hatten wir tatsächlich gesehen, dass der Russell 2000 eine deutliche Outperformance gegenüber dem S&P 500 hatte. Und es kann durchaus möglich sein, dass sich diese Outperformance dann im zweiten Halbjahr etwas ausbauen wird und auch weiter so laufen werden kann. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass diese Small-Cap-Fonds jetzt deutliche Mittelzuflüsse hatten. Also ist vielleicht wirklich gerade so ein kleiner Umbruch, dass man einfach sagt, okay, ich nehme das Risiko im Portfolio ein bisschen runter, bin zwar dabei weiterhin, aber ich fahre es ein bisschen konservativer und gehe dann in Werte, die nicht so gut gelaufen sind. Genau, man muss ja nicht All-In gehen, sondern erstmal einen Teil des Portfolios umschichten oder einfach neu dazu investieren. Und bei den Small Mid-Cap hat man natürlich auch das Thema, dass diese Bewertungen einfach noch nicht so hoch sind. Und auch das, was wir eben vorhin gerade gesagt haben, dass die hohen Bewertungen einfach Risiken bergen, ist es natürlich für das Small Mid-Cap ein bisschen interessanter. Vielleicht noch ein Aspekt. Man sieht historisch sehr gut, dass wenn die Zentralbanken einen Zinssenkungszyklus beginnen, die Small Mid-Cap-Unternehmen sukzessive aufholen und davon profitieren können. Denn das ist sehr, sehr intuitiv. Denn Small Mid-Cap-Unternehmen hängen sehr stark von der externen Finanzierung ab. Das sind kleinere, innovativen Wachstumsfirmen unter anderem. Und die hängen natürlich auch sehr stark von der externen Finanzierung ab. Und das erleichtert diese Unternehmen. Würde aber bedeuten, dass wenn die Zinsen jetzt dann doch wieder steigen, weil das vielleicht nur so ein Zwischenschritt war, dann würden die dann wieder Probleme bekommen und hätten wieder höhere Finanzierungskosten. Würde dann auch die Technologie wieder wahrscheinlich treffen. Exakt. Also man muss es einfach im Blick haben, wie sich es weiterentwickeln wird und auch aus welchem Grund sich die Zinsen weiterentwickeln. Aber wir gehen erstmal nicht davon aus, dass wir Zinserhöhungen sehen. Wir warten jetzt erstmal auf zum Beispiel die erste Zinssenkung in den USA. Hier sieht September ganz gut aus. Da kann man auch entsprechende Signale von der FED schon an die Kapitalmarktteilnehmer. Also das ist ganz, ganz, ganz valide oder kann man sich gut vorstellen. Das gleiche auch nochmal für die EZB, dass die auch nochmal nach der Sommerpause einen Zinsschritt macht. Also hier ist es durchaus interessant und kann auch den Small Mid Caps, aber auch den Emerging Markets nochmal ein bisschen Rückenwind geben. Wie würdest du denn dann ein Portfolio jetzt, sagen wir mal, umstrukturieren? Wenn man jetzt davon ausgeht, bleiben wir mal bei einem klassischen Privatanleger. Hat vielleicht ein Emissier World oder vielleicht Kombination World Emerging Markets. Ist da vielleicht ganz happy. Die meisten haben ja gar nicht die Emerging Markets, weil sie so schlecht gelaufen sind. Aber wie würdest du jetzt so ein Portfolio umbauen oder modifizieren? Also ich würde tatsächlich auch Emerging Markets dazunehmen, aber relativ niedrig gewichten. Also ich würde anfangen, mir zu überlegen, wie baue ich meine Regionen auf. Das ist eigentlich der erste Schritt. Würdest du es mit Regionen machen? Der erste Gedankenschritt wäre Regionen, ja. Das heißt also, in eurer Portfolio-Management, sagen wir mal, Herangehensweise, habt ihr auch gar nicht ein World, sondern ihr habt dann USA, Europa. Asien und so weiter, den einzelnen Bausteinen. Ja, genau, exakt. Also wenn ich jetzt, nochmal einen Schritt davor, wenn ich sage, ich möchte ein gemischtes Portfolio haben, dann überlege ich mir, welchen Anteil haben Aktien zu den Anleihen. Dann könnte ich die, wenn ich es mir ganz einfach machen will, den Anteil der Aktien über ein MSCI Welt ETF abbilden. Im zweiten Schritt, wenn ich jetzt ein bisschen das aufklappen möchte und sage, wo setze ich denn jetzt derzeit meine Akzente, wir haben es ja auch diskutiert, das ist mal mit Cap, vielleicht Emerging Markets, dass ich mir erstmal ansehe, in welche Region möchte ich investieren. Und da ist es tatsächlich so, dass ich die USA übergewichten würde, also einen höheren Anteil USA halten würde. Interessanterweise den gleichgewichteten Index, dazu Small Mid Caps, aber nicht nur in den USA Small Mid Caps, sondern auch in Europa. Also ich würde auch noch einen Anteil europäischer Aktien ETFs dazunehmen und würde dann aber auch nochmal, ja, Emerging Markets dazunehmen und Akzente setzen über dieses, hat man jetzt ja mehrfach, über die Small Mid Caps. Spannend. Ist es leichter, ein Portfolio zu managen, wenn man das in Regionen macht? Weil es muss ja leichter sein eigentlich. Also es ist komplexer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt leichter, weil ich einfach viel flex lieber reagieren kann. Ja, also ich würde es auf jeden Fall erraten, wirklich Regionen als Startpunkt zu nehmen. Es ist auch gar nicht so kompliziert, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Denn wenn ich an die USA denke, dann ist das für mich eher ein defensiver Markt. Der ist sehr binnenorientiert. Also auch hier wieder, wenn ich zur USA-Wahl komme, jetzt wird es erst nochmal ein bisschen volatiler, wissen wir ja auch, weil da nicht so ganz klar alle Rahmenbedingungen feststehen. Aber tatsächlich zu sagen, die USA, gerade bei einer Trump-Wahl, wäre dann tatsächlich interessanter. Ob es jetzt gut ist oder nicht, dahingestellt. Aber für den US-Aktienmarkt wäre es erstmal positiver, relativ gedacht. Dann im nächsten Schritt überlege ich, was passiert mit Europa. Europa und gerade die Eurozone, kann man ja auch nochmal unterschiedlich sehen. Also entweder MSI Europa oder MSI EMU. Also das ist dann die Eurozone. Ist ein sehr zyklischer Markt. Wir sind sehr exportlastig. Das hängt damit zusammen, dass natürlich Deutschland einen großen Anteil im Index hat. Und wir sind einfach sehr exportorientiert. Das heißt, wenn die Weltwirtschaft anspringt oder sich gut entwickelt oder auch die Wirtschaft in der Eurozone und Europa, dann profitiert tendenziell der europäische Markt relativ stärker als der US-Markt. Was auch noch ist, der US-Markt, wie ich sagte, ist ein bisschen defensiv. Also wenn ich auch geopolitische Verspannungen weiter sehe in der Welt, dann, und ich mir einen ein bisschen sicheren Hafen bauen möchte, dann bin ich auch wieder in den USA besser aufgehoben. Dazu muss ich dann aber mir noch überlegen, was passiert mit Asien oder mit den Emerging Markets. Und die kann man auch durchaus nochmal aufklappen. Ich muss nicht nur ein EM-ETF nehmen, sondern dieses nochmal aufklappen und sagen, gut, finde ich Indien derzeit interessant. Ja, fände ich interessant. Muss es unbedingt China aktuell sein? Kann sein, muss aber nicht sein. Also dass man hier auch nochmal ein bisschen abwägt. Oder, letzte Bemerkung, die Rohstoff-Emerging Markets, die sehr rohstofflastig sind, die durchaus auch, ja exakt, genau, Lateinamerika, die dann auch nochmal ins Portfolio mit aufnehmen. Ich hatte kürzlich auf dem Kanal hier ein Video gemacht zum Thema Emerging Markets Indizes, welches es da so gibt und wie man investieren kann. Und dann habe ich noch den MECI Emerging Markets Ex-China genommen. Und da hat man ja eine ganz deutliche Outperformance gesehen, gegenüber den klassischen, wo China enthalten ist. Also da hat man schon gesehen, dass China in den letzten Jahren also massiv die Schwellenländer gedrückt hat. Ja, absolut, das ist absolut richtig. Kann aber auch wieder eine Chance haben. Aber ja, in der Tat ist es schwierig. Aber so insgesamt ist es schon eine schwierige Situation momentan. Oder wir haben also eine große Unsicherheit in Amerika, weil man nicht genau weiß, also eigentlich weiß man mittlerweile schon, wie die Wahl ausgehen wird, sehr wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem irgendwie noch eine Unsicherheit. Dann haben wir noch die ganze, sagen wir mal, ja, ich nenne es jetzt mal kriegerische Auseinandersetzung mit der Ukraine, Spannungen in Europa und so weiter. Dann haben wir, wie verhält sich China mit Taiwan? Also es sind ja überall verschiedene, sagen wir mal, Risiken. Trotzdem in Aktienmärkte investieren? Ja, definitiv. Es gibt, glaube ich, keine andere. Es ist exakt. Und es ist tatsächlich so, das ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber die Aktienmärkte reagieren erst dann sehr stark, wenn wirklich der direkte Effekt bei den Unternehmen auf die Gewinne, auf die Umsätze zu spüren ist. Und das, was du gerade alles angesprochen hast, das sind absolut tragische Entwicklungen und absolut beängstigend. Aber, und das ist das Interessante, so noch nicht von den Aktienmärkten gesehen, denn die Aktienmärkte sind ja absolut rational und sagen, ja klar, wenn mein Unternehmen noch nicht direkt davon betroffen ist oder leidet, dann fokussiere ich mich erst mal auf das, was ich sehe, wie die Entwicklung weitergehen kann. Und ehrlich gesagt, du sagst, ja, die Situation ist etwas schwierig. Ja, so drauf betrachtet ist es schwierig, aber wenn man es wieder aufklappt, ist es eigentlich gar nicht schwierig. Denn wenn ich jetzt so ein gemischtes Portfolio habe, was erwartet mich? Die Zinssenkungen, das ist positiv für meine Anleihenmärkte, also vor allem für Staatsanleihen. Positiv für meine Unternehmensanleihen auch. Die haben ja eine Kreditkomponente Unternehmensanleihen in der Entwicklung und eine Zinskomponente. Das heißt, die profitieren natürlich auch von sinkenden Zinsen, Kurs steigt. Für die Kreditkomponente sieht es eigentlich relativ gut aus, denn die Gewinnentwicklung sieht auch gut aus in den entwickelten Ländern. Das gilt vor allem für USA, aber auch für Europa. Da zieht es auch langsam an, die Gewinnerwartungen. Also erst mal so per se ein gutes, ordentliches, konstruktives Umfeld, in dem ich gut investieren kann. Ja, wo? Ja, immer Blick auf die Risiken natürlich. Klar, natürlich. Es kann halt irgendwie plötzlich was außer der Reihe passieren, aber das kannst du ja immer. Ich meine, es gibt ja immer irgendwelche Themen. Ja, klar. Wie verhält sich denn Gold dann eigentlich in dem Zyklus? Weil in der Liste, wo ich vorhin aufgezeigt habe, mit 21,3 Prozent, da habe ich mal Xetra Gold genommen, hat das jetzt den stärksten Anstieg eigentlich in diesem Jahr gehabt? Und hat das vielleicht auch so ein bisschen geopolitische Entwicklungen, dass jetzt die Notenbanken verstärkt auch Gold kaufen, um sich ein bisschen vielleicht unabhängig vom Dollar zu machen? Ja, es ist eine Mischung. Also ja, wir haben das All-Time-High jetzt gesehen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, gerade der, wenn sich den Goldpreis ansieht in diesem Jahr. Ja, was sind die Gründe? Ja, zum einen geopolitisch natürlich. Also ich habe auch in meinem Portfolio immer, halte immer einen Anteil an Gold. Denn das ist tatsächlich ein Risikodiversifizierer. Wie hoch ist der, wenn ich fragen darf? So derzeit so zwei bis drei Prozent. Ich muss immer ein bisschen reduzieren wieder, weil er gut läuft und ich diesen Anteil erhalten möchte. Das ist aber auch ein Tipp an den privaten Anleger in seinem Portfolio, dass der alle halbe Jahr sein Portfolio sich ansieht und sagt, sind die Gewichte, die ich in meinen einzelnen Assets noch habe, genau dort, wie ich vor einem halben Jahr angefangen habe. Und das Gleiche mache ich natürlich auch mit der Goldposition in meinen Portfolien. Aber natürlich, würde sie jetzt die geopolitischen Risiken weiter verstärken, würde ich den Anteil an Gold nach oben fahren. Aber derzeit ist es ein sehr gutes Polster und hat sich natürlich auch gut entwickelt. Also ja, das eine ist die Geopolitik und hier als sicherer Hafen zu sehen. Aber auch bei Gold ist der Aspekt, was passiert mit den Zinsen. Und was wir jetzt ganz, ganz frisch gesehen haben, ist natürlich die Hoffnung, dass die US-Zentralbank im September anfangen wird, die Zinsen zu senken. Und daraufhin wird natürlich auch wieder Gold interessanter. Denn Gold ist ja per se ein Asset, das keine Zinsen zahlt. Und so muss ich natürlich als Anleger auch immer abwägen, lege ich meine 3% in Gold an oder die 3% in Anleihen, die mir ja einen gewissen Ertrag zurückgeben. Also es ist immer eine Abwägungssache. Also es sind derzeit zwei Aspekte, die in den Goldpreis mit hineinfließen. Wir haben jetzt immer von deinen Portfolios gesprochen. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja noch gar nicht gefragt, was du eigentlich konkret machst. Vielleicht kannst du das auch noch mal schnell erklären, damit das für die Zuschauer auch klar ist. Ja, also ich bin bei Amundi, das ist Europas größter Asset Manager, bin ich Portfolio-Managerin im Bereich Multi-Asset. Dort verantworte ich zwei Teams. Und mit meinen zwei Teams bieten wir den Kunden Lösungen an. Also die Kundenstruktur ist relativ divers. Also wir haben Retail-Kunden, wir haben Wholesale-Kunden und wir haben institutionelle Kunden, die bei uns nach Multi-Asset-Lösungen anfragen und denen wir mit den Portfolien oder mit unseren Lösungen helfen. Also das heißt, dass ich zum einen Portfolios verantworte, die rein auf ETFs basieren, aber ich auch Portfolien verantworte, die mit Single-Assets arbeiten. Also wo ich tatsächlich dann auch die einzelne Aktie in die Portfolien kaufe oder die einzelnen Unternehmensanleihe oder den einzelnen Staatsanleihen-Bond. Also das ist sehr, sehr divers, mein Aufgabengebiet. Was ist deine Lieblingsaktie momentan gerade? Darf ich leider nicht sagen. Also mein Lieblings-ETF ist derzeit der S&P 500 Gleichgewicht. Ja gut, das hätte ich mir jetzt denken können. Ja genau, aber Einzelaktie. Da dürfte man nicht drüber sprechen. Da dürfte man nicht drüber sprechen. Aber wenn man in so ein Portfolio mit Einzelwerten schaut, da findet man dann natürlich in der Regel auch die großen Werte wieder, weil letztendlich bildet er ja auch irgendwie einen Markt ab und da kann man ja auch nicht komplett konträr gehen. Genau, weil wenn ich Portfolien aufbaue, dann ist es zum einen natürlich die erwartete Rendite, die ich im Blick habe, aber natürlich das Risiko. Und was auch klar ist, wenn ich jetzt ein Aktienportfolio habe mit Einzeltiteln und wenn ich mich mit diesem Einzeltitelportfolio viel, viel zu weit davon entferne, sagen wir mal von dem US-Markt, dann habe ich einfach ein Risiko mit diesem Portfolio. Das kann positiv sich äußern in einer positiven Performance, kann aber auch ein sehr hohes Risiko hinsichtlich einer negativen Performance haben. Also das heißt, klar, die Idee ist dann schon zu sagen, man möchte Akzente setzen und das tun wir auch, aber wir versuchen die Risiken in Griff zu halten, dass wir nicht zu starke Abweichungen in den Portfolien haben. Ich sagte ja vorhin, wie ich vorgehe. Also ich denke mir dann erst mal die Länder, also ich überlege mir, in welchen Regionen, Ländern möchte ich investiert sein. Dann denke ich an die Investment Styles, also Faktoren. Das ist dann ein Beispiel, sowas möchte ich derzeit ein Value-Tilt in meinem Portfolio haben. Oder Small Caps zum Beispiel. Oder Small Caps, exakt. Oder möchte ich vielleicht Dividendentitel gewichten. Und das ist auch wieder sehr makroökonomisch. Also kann man da schon, wie wir sagen, Top-Down, da kommt man schon viel aus der Top-Down-Betrachtung über die Ableiten in die Faktoren des Portfolios. Und dann kann ich natürlich auch nochmal ganz klassisch, wenn ich in den Regionen bin, nochmal aufklappen oder in Ländern aufklappen, welche Sektoren sind die, die mich gerade interessieren. Also das ist so letztlich die Herangehensweise für ein Portfolio. Findest du im aktuellen ETF-Markt alles, was du brauchst, um deine Portfolios zu managen? An Produkten? Ja und nein. Du kannst jetzt an deinem Produktmanagement verwünschen. Ja und nein, würde ich sagen. Oft ist es so, dass die Maßgabe, die wir für unsere oder der Anspruch, den der Kunde für unsere ETF-Portfolien haben, komplett abgedeckt werden kann mit dem, was wir an ETFs selektieren. Und wir selektieren weltweit ETFs. Natürlich nicht nur am Mundi. ETFs, wir selektieren alle ETFs. Das ist auch klar. Also wir suchen nach den besten ETFs. Also von dem her würde ich sagen, ja, da kann ich alles abbilden. Aber natürlich, wenn ich dann mir wieder mein Einzeltitelportfolio und Einzeltitelportfolien angucke, ist es oft ein bisschen differenzierter. Denn was natürlich schon schwieriger ist, ist zu sagen, ich möchte ein sehr gutes Small- und Mid-Cap ETF haben. Und dann ist es oft vielleicht sogar besser, ich nehme Einzeltitel. Also es ist so ein bisschen je nachdem. Aber ich würde sagen, grundsätzlich für das, was die Kunden in den ETF-Portfolien erwarten, ja, können wir alles abdecken. Wenn man es aber ein bisschen differenzierter haben will, natürlich dann schon nochmal auf die Single Assets gucken. Würdet ihr auch aktive Fonds einsetzen? Weil jetzt zum Beispiel beim Small-Cap-Bereich, könnte ich mir vorstellen, dass es da ja wirklich gute Manager gibt, die da so tief in den Märkten sind. Und da die besten Werte raussuchen. Also hier kommt es auch wieder wirklich auf die Lösung an, die wir mit den Kunden abgesprochen haben. Und es ist tatsächlich so, dass wir in manchen Lösungen, die wir zusammen mit den Kunden managen oder verwalten, dann auch aktive Fonds dazunehmen. Weil, wie du richtig sagst, tatsächlich dann aktive Fonds in dem Feld einfach interessanter sind. Wenn du jetzt mal so dich zurücklehnst und mal über den Erfolg eines Portfolios mal sinierst, sage ich jetzt mal gemeinsam, was ist da aus deiner Sicht wirklich das Entscheidende? Ist es dann wirklich die besten ETFs, die besten Märkte zu finden? Natürlich am Ende schon, dass man halt den Performance hat. Oder ist es wirklich dieses Risikomanagement, sage ich jetzt mal, dass man eben bestimmte Flanken nicht offen hat, dass man nicht Klumpenrisiken hat? Also das Risikomanagement begleitet einen. Das ist wie so eine Leitplanke. Wenn ich auf der Straße fahre oder auf der Autobahn, habe ich ja meine Leitplanken. Das ist letztlich das Risikomanagement. Das ist mal enger oder breiter gesetzt. Ist aber auch natürlich wieder im Investmentprozess hineingebacken oder hineingearbeitet. Also von dem her würde ich sagen, das ist eine Begleitung, die immer da ist. Eigentlich egal welchen Fonds oder welches Produkt oder Lösung ich manage. Aber es ist tatsächlich so, beim Thema eben ETFs. Ja, habe ich schon gesagt. Also ich kann damit sehr viel, sehr viel abbilden. Und was ist das letztlich, das Erfolgsgeheimnis oder der Erfolgsbeschritt? Zutat. Zutat, danke, genau. Es muss ja nicht immer perfekt ausgehen. Die Erfolgszutat ist tatsächlich erst mal eine saubere Allokation. Also wie du sagtest, erst mal sich zurücklehnen, die Hausaufgaben gemacht haben. Ich brauche ein ganz klares Weltbild. Ich brauche einen klaren Blick auf die Kapitalmärkte. Ich brauche eine klare Einschätzung, wo ich hin möchte mit dem Portfolio. Und wenn ich analog dessen investiere, habe ich, würde ich sagen, schon mal 70, 80 Prozent dieser Erfolgszutat gemacht. Also das ist immer wichtig. Immer wieder die eigenen Überzeugungen in Frage stellen, sich überlegen, bin ich da noch, auch schnell wechseln können. Also ich muss auch Entscheidungen treffen. Das ist was Grundsätzliches als Portfolio-Manager. Und für mich eigentlich fast die wichtigste Zutat ist zu sagen, ich muss Entscheidungen treffen. Ich kann nicht verharren auf bestehenden Positionen, nur weil die mir mal vor fünf, sechs Wochen gefallen haben. So funktioniert es leider nicht. Also jeden Tag ist eine neue Herausforderung. Jeden Tag sich wieder hinsetzen, zu überlegen, okay, was ist passiert, was wird passieren, was kommen für Zahlen, was kommen für Daten, Unternehmensberichtssaison oder neue Inflationszahlen. Egal was. mich wieder hinsetzen, darauf einstellen, ja, mich dem ergeben, was kommt und dann auch wieder die Entscheidung treffen. Aber ist das ein praktikabler Weg für Privatanleger, das so zu machen? Nein. Die haben ja gar nicht die Zeit im Zweifelsfall dazu. Nein, nein, nein. Es kommt auch natürlich auch komplett auf den Privatanleger an. Es gibt ja sehr, sehr viele, sehr gut ausgebildete Privatanleger in Sachen Finanzfragen. Da reicht absolut die tägliche Zeitungslektüre, um sich wieder neu zu überlegen und positionieren. Aber es ist natürlich, ja, es ist fast mühsam, aber es kann mühsam werden. Denn ich muss am Ball bleiben. Und deshalb ist tatsächlich ein ETF-Portfolio für einen Privatanleger, der sich das selber zusammenstellt, oft eine sehr gute Wahl. Und da kann man natürlich und immer, wie ich sagte, immer alle halbe Jahr wieder die eigene Positionierung überdenken, werden meine Ziele damit erreicht, die ich in meiner Vermögensanlage habe und dann kalibrieren oder einfach so laufen lassen. Ich habe manchmal den Eindruck und jetzt habe ich, glaube ich, schon zehn so Portfolio-Reviews gemacht, dass oftmals wirklich eine Strategie fehlt. Also man sieht schon, das Portfolio ist schon irgendwie schlüssig, sage ich jetzt mal. Aber dann sind so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich so das aufbaue und ich kenne die Leute ja nicht, sondern ich kriege ja nur so einen Fragebogen beantwortet und dann schließe ich mir das selbst sozusagen. Aber manchmal denke ich mir, okay, das sind richtige Ansätze und dann sind zwei, drei ETFs drin, die keinen Sinn machen. Und ich glaube, das kommt dann immer irgendwie, ist vielleicht getriggert durch eine Meldung, durch irgendeine Situation am Kapitalmarkt, wo man sagt, ach, das ist eine Chance, das kaufe ich rein. Und das ist, glaube ich, aber dann schwierig. Das kann man ja machen, aber die Schwierigkeit ist dann, weil du gesagt hast, man muss regelmäßig überwachen. Das Überwachen wird dann extrem schwierig, weil man ja, wenn man dann, sagen wir mal, nach einem halben Jahr draufschaut, dann gar nicht mehr, also letztendlich hat man dann keine Strategie. Dann hat man doch so ein Sammelsurium und wie soll ich dann eine Entscheidung treffen, eine Valide, jetzt sagen, okay, meine Dinge, jetzt fahre ich Amerika um 5% runter, wenn ich da, in Anführungsstrichen, ein Durcheinander im Portfolio habe. So durcheinander ist es gar nicht, denn wenn ich anfange, auch wenn ich jetzt auf mein privates Portfolio sehe, dann fange ich erst mal an, welchen Anteil Aktien und Anleihen möchte ich eigentlich haben. Das ist die erste einfache Herangehensweise. Wollen alle 100% Aktien haben, weil sie den maximalen Ertrag haben. Das ist ja eine Antwort, genau. Also dann, wenn ich sage, okay, Aktien anleihen und dann habe ich eine Antwort, 100, 0, perfekt. So, dann im nächsten Schritt gehe ich auf die Aktien. Sag ich, okay, ich will 100% Aktien. Und hier würde ich tatsächlich wieder raten, auf die Länderregionen zu gehen. Da überlege ich mir tatsächlich, ein USA hat den größten Anteil der MSCI Welt. Wie stark möchte ich die USA gewichten? Und die USA, ich würde es gar nicht so verkomplizieren als Privatanleger, denn ich habe ja ein bisschen einen längeren Anlagehorizont. Wir hatten das ja auch gerade, ja, wir haben so eine durchschnittliche Rendite die Jahre über, aber wir wissen auch, je länger ich Aktien halte über meine gesamte Investitionszeit, desto mehr erreiche ich diese durchschnittlichen Performance-Werte Jahr für Jahr auf der Aktienseite. Also ich habe ja einen Anlagehorizont. Fangen wir nochmal so an. Dann habe ich die USA. Bei den USA überlege ich mir, gut, was passiert gerade in den USA? Sehr spannend. Der US-Wahlkampf, der wird jetzt nochmal ein bisschen herumtreiben, der wird noch ein bisschen volatil den Markt hin und her werfen, aber wenn zum Beispiel Trump gewinnen wird, dann habe ich erstmal einen sehr positiven View auf den US-Aktienmarkt. Da könnte ich zum Beispiel 5% übergewichten. Dann muss ich mir überlegen, ja, was kappe ich denn dann dafür? Ja, das ist ja wie mit Gummiseilen aneinandergezogen. Ich muss ja irgendwas dafür reduzieren. Sag ich, okay, wem könnte das denn unter Umständen nicht so gut tun, wenn der Trump gewinnen würde? Ja, da sind wir zum Beispiel bei einigen asiatischen Ländern. Wir sind zum Beispiel auch bei Europa. Wir sind einfach allein schon das, was der Trump mit seiner Handelspolitik vorhat, relative Verlierer in dem ganzen, ja, in der ganzen Herangehensweise, in seiner populistischen Wirtschaftspolitik. Da dreht man dann quasi wie an so Rädchen. Exakt. Wird da mal ein bisschen nachjustiert und da. Also man hat im Prinzip eine Grundallokation und dann situationenbezogen modifiziert man. Genau. Und da kann man ja durchaus den MSCI-Welt einfach nehmen, als, ne, mit der Ländergewichtung und da entsprechend erstmal analog investieren und dann sagen, ja, mit den Sträubchen, wie du gesagt hast, wo drehe ich ein bisschen mehr auf, wo drehe ich ein bisschen mehr in der USA rein. Gut, runterdrehen ist dann ein bisschen schwierig, ne, dann, also ich kann aus dem MSCI-Welt nichts rausschneiden. Nein, nein, bei den einzelnen Ländern meine ich, genau. Also so würdest du die Allokation des Index nehmen, sagen, das ist jetzt sozusagen meine Benchmark und dann die einzelnen Regionen investieren. Genau, das ist ein guter Ansatz für Gewahrteranlieger. Ja, spannend, ja. Ist auf jeden Fall, ist immer lustig, wenn man mit jemandem vom Fach spricht, ja, weil auf der einen Seite, Geldanlage ist relativ einfach, man kann es sehr einfach machen, die ETFs machen sowieso vieles viel einfacher und wenn man dann mit einem Profi spricht, dann merkt man, dass dann doch natürlich viele Fragestellungen anstehen und man es auch jetzt nicht kompliziert machen kann, aber dass es eine Handwerkskunst ist, sage ich mal, Portfolien zu managen, vor allen Dingen, weil ihr ja auch die Verantwortung gegenüber euren Kunden habt, ja, das ist ein Privatanleger, der ist sich nur selbst zur Rechenschaft wichtig. Und hat auch wahrscheinlich keine Regulierung, da habt ihr ja auch sehr, sehr interessant, vielen Dank. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das Zweite, die restlichen Monate dieses Jahres laufen werden und danke für deine Ausführungen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerne noch einmal demnächst hier bei uns auf dem Kanal. Gerne. So, das war der Talk mit Helene Windisch-Bauer vom ETF-Anbieter Amundi über die Ausrichtung deines ETF-Portfolios im zweiten Halbjahr 2024. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich, wenn du den Extra-ETF-YouTube-Kanal abonnierst und wenn du weitere Fragen hast, dann nutze gerne die Kommentarfunktion. Bin schon sehr gespannt, ob da noch Fragen von euch offen geblieben sind. Ansonsten sehen wir uns demnächst hier wieder auf dem Kanal von Extra-ETF. Bis dann, Ciao.